Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht's um Horizon, der erste von angeblich vier Western-Teilen von Kevin Kostner. Ein großer E-Post soll das Ganze werden. Was der erste jetzt kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Keine Armee dieser Welt kann diese Planwagen aufhalten. Und den Ureinwohnern wollen sie das genauso erklären? Also ihr Apache, der denkt, wenn er die Erde mit genügend Blut von uns tränkt, könne er die Planwagen aufhalten, das Land für uns verderben. Aber sehen Sie sich die Neuankömmlinge an. Und wenn sie noch so viele Gräber vor Augen hätten, würde das keinen Unterschied machen. Wir sind im Jahr 1861 in Amerika und es werden sozusagen die Anfänge der Besiedlung der weißen Pioniere gezeigt. Von verschiedenen Perspektiven aus. Auf der einen Seite geht's darum, dass unter anderem das Gebiet der Apachen besetzt oder besiedelt werden soll und die sich natürlich sehr vehement dagegen wehren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch so einzelne persönliche Schicksale, die hier so nach und nach erzählt werden. Und mit drei Stunden bekommt jede dieser Geschichte schon gut Raum. Allerdings wirkt das Ganze eher so wie eine Vorbereitung, dass da noch mehr kommen könnte. Dementsprechend ist es am Ende leider schon drei Stunden sehr zäh. Aber wir haben einzelne Passagen dabei, die wirklich unterhaltsam und gut erzählt sind, weil es eben so nicht um das große Ganze geht, sondern eher um so Einzelschicksale und wie diese miteinander zusammenhängen. Das fand ich schön. Auf der anderen Seite steht natürlich auch noch der amerikanische Bürgerkrieg kurz vor der Tür. Dementsprechend ist das alles eine sehr komplizierte Situation und dadurch, dass man sich Zeit nimmt, bekommt man relativ gut die Charaktere erklärt. Das wird dann vor allem, ich glaube, in den folgenden Filmen deutlich interessanter und spannender. Deswegen Storytechnisch ist okay. Es ist deutlich zu lang. Auf manche Szenen hätte man doch aber auch verzichten können. Drei von fünf Punkten solide, aber da kann auf jeden Fall noch deutlich mehr kommen in Teil 2 zum Beispiel. Weiter geht es zum Schauspiel. Kevin Costner hat nicht nur das Drehbuch geschrieben und die Regie gemacht, sondern er hat auch eine der Hauptrollen gespielt. Und insgesamt, er ist von gefühlt den ganzen Hauptrollen noch am blassesten. Also da gibt es andere, die deutlich mehr können. Allerdings ist der Cast relativ bekannt. Also wir kennen die Darsteller aus verschiedenen Serien und Filmen. Das ist solide besetzt, aber bis jetzt hat mich keiner von denen so richtig vom Hocker gerissen. Deswegen drei von fünf Punkten solide. Technisch ist der Film sehr aufwendig geworden. Also er sieht richtig gut aus. Wir haben große Sets. Es sieht toll aus. Ich glaube, sie haben auch große Sets gehabt. Dementsprechend, das ist aufwendig. Das sieht schön aus. Und wir haben vor allem diese tollen Landschaften. Und das ist einfach super beeindruckend. Und man sieht auch kein CGI, sondern es sieht wirklich echt aus. Dementsprechend, das Einzige, was mich noch ein bisschen gestört hat, ist vielleicht, dass wir ein 16 zu 9 Bild haben und kein klassisches Kinobild. Das ist das Einzige, was mich vielleicht noch ein bisschen gestört hat. Sonst insgesamt ist das ein sehr schöner Film. Vier von fünf Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Am Ende muss ich sagen, ist Horizon ein guter Western geworden, der echt Potenzial hat, mit den weiteren Teilen sehr unterhaltsam zu werden. Es wirkt allerdings natürlich alles so, wie wir führen diese Welt ein. Und es ist ein bisschen schleppend. Und es werden verschiedene Perspektiven gezeigt. Auch zum Beispiel die der Apachen, was ich sehr interessant fand, weil das meistens in solchen Filmen nicht thematisiert wird. Aber es ist mir am Ende leider zu zäh gewesen. Und fürs Kino, man kann ihn sich anschauen. Man muss aber halt echt viel Sitzfleisch haben, damit man den durchhält. Er ist solide. Drei von fünf Punkten. Auf keinen Fall ein schlechter Film. Insgesamt sind wir mit 13 von 20 Punkten. Er hat auf jeden Fall einige schöne Schauwerte. Dafür kann man sich den auf jeden Fall anschauen. Das war's weit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr alle auch gerne einen Daumen hoch habt, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!